Was ist passiert, mein kleiner Bakero? Hast du einen Krieg gestartet? Die Gewalt scheint dir überall hin zu folgen. Ich liebe es. Dein Deal war nicht mit mir, sondern Ihnen. Und ganz genau das war dein Fehler. Du wusstest von der dritten Rakete. Nachgezählt habe ich nicht. Ich habe Leute für sowas. Klar, sie lügt. Wo ist Hassan? Wo ist die andere Rakete? Chicago. Was zum Teufel ist hier los? Von Aufhalten war keine Rede. Es ging nur um den Standort. Escorpion de la Verga. Ich habe euch von ihr gewarnt, oder? Ich bin Geschäftsfrau, Senores. Wachstum oder Tod. So funktioniert die Welt. Du hast jetzt ein Ziel auf dem Rücken. Nein, das Ziel ist in Chicago. Jetzt verschwindet es aus dem Eimer, sondern findet es pendejos pa' fuera. Vorerst gehört sie dir. Wir kommen wieder. Ich freue mich darauf. Dann los. Alcingada. So macht den Transport klar und hol es mal. Hassan und die Rakete senden in Chicago. Estan uns se las almas descansan. Ich bin bald schon wieder raus. Das kann ich über euch nicht sagen, Barqueros. Was du getan hast, hat Konsequenzen. Es ist egal, was ich getan habe. Denn was davon könnt ihr beweisen? Geh, du hast was zu tun. Bleib auf der guten Seite, Hermano. Bis zum bitteren Ende, mein Bruder. Alles gut, amigos. Los! No te pierdas, Karnal. A huevo. A huevo. Nelson Nombre sagte, dass die dritte Rakete über den Hafen von Chicago in die Staaten geschmuggelt wurde. Hassan und seine Kämpfer sind auch dort. Wir wissen nicht genau, wo die Rakete ist oder was ihr Ziel ist. Hassan wurde zu einem Gebäude im Zentrum von Chicago gebracht, das einer Scheinfirma des Las Almas Kartells gehört. Die Polizei sperrt die Straßen rund um das Gebäude ab. Sie halten nach einem gestohlenen Container voller Waffenausschau. Sie wissen nicht, dass es um eine Rakete geht. Hassan verschanzt sich vermutlich in einem geschützten Serverraum auf der 54. Etage. Ich bin vor Ort und suche die Rakete. Ich infiltriere mit den Marines über den Chicago River und gehe im Erdgeschoss rein. Ich beziehe gegenüber vom Ziel Stellung und gebe Feuerschutz. Zwei Helis landen auf dem Dach des Zielgebäudes. Einer mit einem Trupp Marines, der andere mit Soap und mehr. Während Gers und die Marines nach oben vorrücken, arbeiten Price und Soap sich nach unten. Soap seilt sich zur Serveretage ab, wo wir Hassan in die Zange nehmen. Unser Primärziel ist, die Rakete zu finden und aufzuhalten. Ihr habt Freigabe, Hassan zu töten. Roger 1 am Bravo 6 Kommando. Der Perimeter ist gesichert. Haben potenzielle Position des Raketencontainers. Gehen jetzt rein. Bestätigt. Alle Bravos bereit machen. Es geht los. 05 bestätigt. Bravo 6 2 ist 20 Sekunden vom Zielgebäude entlang. Wohl mehrere Al-Katala in den anderen. Joost, Überwachungsposition. Roger, bin unterwegs. Unser Primärziel ist der 56. Stock. Ist gut gesichert und schwer zugänglich. Hassan könnte sich da verschanzen. Verstanden. Nageln wir den Bastard fest, Sir. Bewege zum Flugzeug. Bewege zum Flugzeug. Bewege zum Flugzeug. Bravo 6, unterwegs zum Einhandpunkt. Verstanden. Fünfe Merkgeschoss in Stellung. So, agt dich ein. Gut, wir sind bereit. Hast du Sichtkontakt? Bestätigt. Gebe Lichtsignal. Sehe es, Lieutenant. Was hast du? Zivilisten. Geisern. Hassan gewinnt Zeit. Ihr beseitigt alle Gefahren. Bravo 3, sichert die Geisern. Treffpunkt auf der Zieletage. Wechsle Notfall zu Position. Zwei Arten. Sicher. Bravo 3, Fünfe 5, gesichert. Verstanden. Etage 5, 5. Gehe rein. Bravo 3, Fünfe 5, gesichert. Verstanden. Etage 5, 5. Gehe rein. Vier Ziele voraus. Drei in dem Raum, eine auf dem Flur. Versichert. So, Lagebericht. Noch eine. Verstanden. In Position auf der Zieletage. Fünf Ziele auf der nächsten Etage. Drei in Bewegung, zwei stationär. Stell Sichtkontakt her, bevor du angreifst. Noch eine. Verstanden. In Position auf der Zieletage. Fünf Ziele auf der nächsten Etage. Drei in Bewegung, zwei stationär. Stell Sichtkontakt her, bevor du angreifst. Verstanden. In Position auf der Zieletage. Verstanden. In Position auf der Zieletage. Fünf Ziele auf der nächsten Etage. Drei in Bewegung, zwei stationär. Bravo. 5, 1, gesichert. 07, verstanden. Sind unterwegs. Price. Alle Geisern sicher. Verstanden. Auf der Serveretage sammeln. Ladung platziert. Weg da. Watcher 1 sind auf der Zieletage. Status? Nice one. Was zur Hölle war das? John, die Rakete ist aktiv auf Stufe 1. Und noch was. Die Steuerung ist nicht im Container. Das heißt, Hassan hat sie. Wir rücken in den Zielbereich vor. Ende. Wir brauchen diese Steuerung. Hoffen wir, dass Hassan hier ist. Stell vorhalten. Bin ich irgendwo. Sicher. Keine Spur von Hassan. Warum nutzt Hassan den Serverraum? Ist der sicherste Ort im Gebäude. Vorwärts. Ist der sicherste Ort im Gebäude. Verwärts. 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 Das war's für ihn. 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 Öffne die Steuerung. Ich bin drin. Das war's für ihn. Das war's für ihn. Ich bin drin. Jetzt drück. links und clear. Überbrück. Ja. Das war's für ihn. Das war's für ihn. Das war's für ihn. Ich kann. Das war's für ihn. Das war's für ihn. Ich hat eine Kerze. Das war's für ihn. 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 Jetzt bist du auf dich allein gestellt. Ich habe Chemikalien gefunden. Gut für eine Falle. Das taugt für eine Gasfalle. Platzier sie und lock sie an. Ich kann eine Rauchbombe basteln. Töte ihn, sobald du sie auf ihn geworfen hast. Sie haben sich zu sterben liegen lassen. Ich bin ein Wunscher. Hier ist dein kalter Messer. Wird einigen Schaden anrichten. Du hast das mit gepanzerten Kämpfern zu tun. Du betäubst sie besser bevor du eingreifst. Du hast das mit gepanzerten Kämpfern. Du hast das mit gepanzerten Kämpfern. Du hast das mit gepanzerten Kämpfern. Ich brauche ein Brechwerkzeug. 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 CIA-Scheiße. Kreatives Schreiben. Ich verrate es nicht. Aku. Iran. Kartelle. Russen. Shepard. Shadow. An uns vorbei. Sie hatten Vorsprung. Aufgeköpfte Schlangen. Neuigkeiten zu Shepard? Der ist abgetaucht. Wir finden ihn. Es gibt Wichtigeres. Ich habe mir die Russen näher angeschaut. Ist eine schmutzige Arbeit. Ultranationalisten haben den Konvoi überfallen, John. Kate, es ist vorbei. Nein, ist es nicht. Sie arbeiten mit jemand Neuem. Wem? Wir haben keinen Namen. Der ist nicht neu. Wer ist das? Makaroth. 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 ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020